Hallo und herzlich willkommen zu Haven. Ich wollte ja eigentlich beim letzten Mal noch mal heilen, bevor wir... Ich werde mir aber jetzt noch mal schlafen gehen. Das war die einfachste Möglichkeit. Ohne dass wir jetzt wieder was verbrauchen müssen. Wo sind Sie? In der living room. Nicht in. Warum sollte ich nicht in? Was hast du gebrochen? Nichts. Nichts. Ich versuche nur noch mehr den Rust zu sehen, ob wir eine neue Stelle erreichen können. Und die Rust blieb ein bisschen. Aber keine Worte, ich werde es clean. Clean up? Stay da, ich komme. Oh mein, wow! Das ist schrecklich. Warum ist da Apple-dü all over dem Ort? Ich dachte, dass Apple-dü-puree besser wäre, so ich... Du hast ein bisschen auf deinem Gesicht. Ah, woher? Hier? Hold on, ich lasse es. Oh, da ist ein bisschen auf deinem Nack, auch. Ah, du... Ich bin ziemlich sicher, dass es nicht aufgerissen hat. Du wirst nicht wissen. Oh. 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 There's someone there too? Aha. Ich weiß nicht, wir sollten jetzt, glaube ich... Ah, fast voll. Nein. War voller als... Ähm... Ja, damit will ich Lust ziehen. Wird ja reichen. Hoffentlich, denke ich. Wie hier natürlich. Ich glaube, so viel haben wir nämlich gar nicht mehr davon. Wie hier? Wie hier? Ich mach mal. Ah. Ha. Scheiße. Dann wollen wir zumindest erstmal hier hin. Weil auf die andere eine Insel da... die ist uns noch ein bisschen zu gefährlich,... glaube ich. Is this it? Apple's fast. Und wir gucken auf jeden Fall, dass wir hinschauen. Hier weiß ich, dass wir die fangen. Wir sind ja nur rein zufällig mit dem anderen Flugvieh gezogen. Hier ist ja noch eine ganze Menge, die wir versorbern müssen. Das ist ganz wichtig. Pfeinrost. Gucken. Dinten war aber noch eins. Da. Ja. Okay, so you have obviously never had an ingrown hair. Okay. So the film was immer interessanter. Das Problem ist, dass ich hier grad nicht mehr von dem Ganzen sehe. Hm, ich bräuchte jetzt auf jeden Fall wieder so eine erhöhte Stelle. Wünter. Okay, das haben wir unten drauf. Aber ich weiß nicht, ob da noch rast ist. Das ist nur das hier. Der Bramse ist. Ich weiß nicht, das Drone. Ich weiß nicht, das Drone. Das ist, dass sie eine neue Art zu entwickeln, speziell zu exploreen. Ich weiß nicht. Es ist ein Palletjack. Larky. Wo sind die Wings? Die Reaktoren? Okay. Okay. Also auf dem Rückweg kommen wir hier nochmal vorbei. Ich möchte erstmal den ganzen... ...rottier von... rein. Kommen wir uns erstmal um die hier. Wir machen aber ordentlich hart. Boah. Wieso? Wieso? Ich treffe das nicht. BAM! BAM! Das ist fertig. Ich bekomme das. Ah, da hinten ist noch was Da habe ich was übersehen Oh, haben wir das hier nämlich schon gesäubert? Das hier wird sich dann anscheinend irgendwann mal öffnen Ich kann da hinten gehen, weiter Was ist das, will ich mir nochmal ansehen? Gucken auf welche Insel wir dann gelangen Ach so, Grüne Nonna Ach so, Grüne Nonna Um Was? Um Hm Ach so, Grüne Nonna Wir müssen erstmal gucken, was hier irgendwie hilft Ähm Gut, wir müssen es wieder so machen All of a sudden Well, you better unwoozy, quick I protect, you attack That's it, you show him Oh You Now you I heard a crack, is that good? Oh yeah Take cover Last ready Perfect, I think we found the key Okay Oh 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 Okay Ja, sofort. Ähm. Ich glaube, wir müssen nicht rein. Okay, das hat schon mal... Das ist gut, das ist gut. Okay, das ist gut. Zuru überladen. Ähm. Das einmal. Puff. Ähm. Oh, ja. Du hast es. Perfekt. Ich denke, wir haben die Karte. Ähm, diese Karte ist ganz gut. Ich denke, er ist gut. Und BAM! Ich habe alle seine Karte krank. Lass bereit. Nach dir. Wir können... Oh. Ich denke, du bist hier. Du hast sicher, dass du, was du machst? Natürlich. Keine Angst. Wir haben ihre Karte. Sie werden nicht zurückgekommen online. Okay. Das ist definitiv die Apiäre. Und sie sehen, dass sie von irgendwoher nahe sind. Was? Das bedeutet, dass jemand anderes gibt. Was? Nein, nein. Ich denke, dass es eine Art Relay-Antenna ist. Ich würde sagen, dass die Orders kommen von der Oberfläche. Aber es ist eine Sache, ich noch nicht verstehe. Wie können sie wissen, dass wir hier waren? Du denkst, dass es wegen der Chargungsstation war? Lüte! Das muss es sein. Ich fühle mich wie ein Boron. Hey! Wir hatten keine Ahnung, dass sie aus Hornet-Drones senden können. Oh. Also wird es nicht leichter werden. Will es? Wir brauchen ein paar Hilfe. Von wer? Es gibt niemanden auf diesem Planeten, Keine. Du sagst, dass die Hornets bekommen von der Apiäre, wegen einer Antenna nahe. Vielleicht können wir sie nutzen, um mit der Apiäre mit der Apiäre. Wenn es eine Antenna ist, muss es ein Kommunikations-Post geben, ein Vid-Chat, oder so. Und wer würdest du callen? Nein, nicht sie. Du kennst jemanden, jemanden, mit der Angelegenheit, mit der Angelegenheit, und jemanden wir glauben? Trust? Nichts du gesehen, die Exa-Nova-Logos überall? Das ist ihre Firma. Sie ist sicherlich tief in dieses Geschäfts. Sie ist auch deine Mutter. Ja. Sie ist sicherlich nicht von der Angelegenheit. Wir brauchen keine Angelegenheit. Wir brauchen Informationen. Wir brauchen Informationen. Hoffentlich, sie können unsere Seite zu der Kanzel. Sie können sie überwinden, sie überwinden, die Hornets zu holen. Ach. Okay. Ich habe die Koordinaten zu der Radar. Aber nur damit Sie wissen, ich nicht diese Idee. Okay. Okay. Das heißt, da müssen wir dann quasi als nächster Sinn. Na, das kann ja heiter werden. Ich bin noch nicht besonders begeistert, dass wir jetzt hier entdeckt wurden. Ich dachte ja schon, was passiert denn jetzt. Noch ein bisschen. Es dauert uns noch so eine Höhle. Oder irgendein... irgendein... örisches... Bramsel. Darum kümmern wir uns dann. Hm... Ich wäre da nur schon fast dafür... ...dass wir jetzt erstmal das eine Stück da zurückbringen... ...und uns dann gleich im nächsten Part voll und ganz drauf konzentrieren, zu dem anderen... ...zu der anderen Insel dazukommen, zu den Koordinaten. Denn dieser Part hier ist ja schon fast vorbei. Ist das die Brücke, die wir hierher genommen haben? Es ist. Ich sollte überlegen, wie viele Parts ich eigentlich brauche. Ja... Frage, wie viel brauche ich? Parts, okay. Beziehungsweise jetzt nur noch vier. Da unten ist das andere Teil. Ich will hier aber erstmal noch... ...Obernüsse... ...sammeln. ...sammeln. Ja, das haben... ...hab ich gerade... ...absicht gemacht... ...dass ich hier hinkommen. Alright. Okay. Und wir haben den Zylinder. Okay. Dann reparieren wir... ...Dann reparieren wir... ...Dylinder. Okay. 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 ... ... Okay. But... ...let me set some ground rules. No gear based puns. Whether it's about nozzles, cylinders or pistons. Flange Gaskets. ... ... ... ... ... Dann haben wir auch das repariert. Gut. Bis auf... ...ir geben wir gar nicht mal so schnell was. ... Dann... ...essen wir da nochmal ein bisschen was... ...und dann beende ich auch den Part. Werde mich gleich an den nächsten ransetzen. Machen wir das einfach. Und jetzt essen. Obviamente, mit 4 Menschen per bunk, es gab keine Privatsphäre. Aber ehrlich gesagt, ich war nicht miserable. Jeder war gut mit mir. Ich hatte Freunde. Und wenn ich alleine war, könnte ich immer in der Backyard schlafen. Ich glaube, dass ich alleine war, ist ein konzept von Alien. Du? Oh! Sorry, ich habe nicht gehört. Du hast das große Zit auf deinem Backen, das mich macht. Du hast mir gefragt, was du in der Backyard schlafen war? Ich weiß. Aber es ist so großartig. Oh, Mann. 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 Ich war nicht so hoch. Das ist genau so, weil ich meine Zitze allein verlassen habe. Also, du warst all den Tag mit ein paar White-Heads auf deinem Gesicht? Das waren nicht meine einfachste Jahre. Du wirst wissen, dass ich eine Fotos sehen werde. Ha! Hast du wirklich gedacht, dass ich irgendwelche Dokumentarien von dieser Ere zu überleben habe? Ist das richtig? Auch die Fosterhomes Archive? Sie verbraten in einem Erkrank. Und irgendwelche Beispiele, die mich auf der Zeit freundeten, haben mysteriously geschehen. Habt ihr gesagt, du kennst jetzt mein Geheimnis. Entschuldigung, aber du hast mir keine Wahl gelegt. Nein! Kein Tickling! Ach ja. Ich heisse es auch gekürzt zu werden. Ach ja, da ist dann wieder das nächste Gespräch, glaube ich. Aber dann werde ich gleich im nächsten Part einfach weitermachen. Und ja. Bis dahin. Viel Spaß mit diesem Part. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!